welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren folge wac generations heute geht es rein in ich weiß es nicht rallye griechland ach du heilige das könnte unangenehm werden oder auch nicht nun ist denn die crew bereit habe ich das letztes mal gemacht ich glaube ich glaube ja haben wir sonst irgendwelche coolen leute die rein sich jeden wollen talent sprach 95 war am anfang habe ich da irgendwas geiles ja nee ich habe da schon alles alles was gut ist reingefeuert da griechenland ist griechenland nicht schwierig ist das ist das ein schniffiges land weil sonst hätte ich gesagt zur sicherheit machen wir den hier von hoch auf mittel aber ich werde trotzdem vorsichtig fahren das wird nicht gut gehen das wird nicht gut gehen aber einfach nur um nicht direkt in der erste stage abgefuckt zu werden ich glaube das ist wirklich ein cleverer move ja wollen wir bang genau shorter rallye das heißt den wettermann hat man sich zurecht gespart das könnte obwohl das könnte gut werden ich glaube auch griechenland war jetzt nicht so reifen fressend geht wird rein oben haben wir auf plan einmal epic stage wer weiß ob das so stimmt hier wird direkt nach geprüft wir haben einmal epic stage das spiel hat uns nicht beschissen ah nee hier ist ein zweites das war hier richtig schön versteck vor dem toyota logo oder toyota gazoo racing aufschrieb obwohl auf aufschrift mussten müsste es heißen aufschrieb ist ja das was er der co-driver mir vorliest ich würde sagen wir fahren die harten reifen warm und dann versuchen wir mal zwei stages mit soft zu fahren das ist der weg ja ja übrigens ich hatte wieder eine woche pause dazwischen sehr viel wc 7 gezockt schönes duell was ich da mit sebastian uge habe drei punkte ist eine meisterschaft vorne weil er jedes power stage erst wieder zweiter gewinnt und ich na ja immer so hoch und da hoch und da bin von den ergebnissen aber immer konstant er hoch er hoch kaum und kaum spreche und schon kommt der franzose leute wir sind unterwegs rechts zwei bei der schon sagen wo sind die calls und rechts zwei kurz nicht schneiden in rechts 2 30 links und schwein rutsche ich das ding hier in rechts voll und links und rechts hier in links 6 bremsen rechts drei in links drei kurz macht auf und links fünf kurz macht zu 100 ich komme direkt vor wie so wc junior autos bin jetzt super langsam achtung hahnad links 100 nichts gebrochen rechts vier in rechts vier mal zu und rechts drei kurz in rechts vier kurz links fünf beibehalten rechts sechs 80 links fünf beibehalten rechts sechs 80 links drei baum innen und links vier kurz in rechts vier kurz 150 links fünf beibehalten rechts sechs 80 das ist knifflig überhaupt keine weitsicht weil es so so permanent hoch und runter geht die die scheinwerfer haben keine chance irgendwas in der ferne auszuleuchten hier muss man wirklich auf die calls achten ach du heilige ich bin jetzt schon froh dass ich den schaden wieder auf normal runter gestellt habe weil das könnte das könnte es bei sie werden was haben wir hier zu reparieren ja machen wir einfach mal alles würde ich sagen putz so reifen enttäuscht mich nicht mal wieder in der nacht wieder erobacht geben ich gebe jetzt mal auf kennfeld zwei weil irgendwie hatte ich hatte ich keinen schub ganz und geil angefühlt los 30 links vier kurz 50 rechts sechs macht zu in rechts links sechs bremsen in links drei in rechts drei keinesfalls schneiden 30 kurz gedacht das auto fliegt jetzt wirklich über den ärmelkanal und links drei in links rechts vier und links drei innen halten nicht schneiden in rechts zwei schneiden wirklich und links drei macht zu in rechts vier das ding ist eine feder und links drei macht zu nicht schneiden so luftig dieses fahrwerk und links drei macht zu und links voll 30 Kuppel links halten in links fünf uneben macht zu in rechts voll 30 Achtung Fels innen links fünf macht zu in rechts vier kurz 50 rechts drei innen halten 30 Abzweig scharfe Haarnadel links 80 Haarnadel rechts leicht schneiden und links vier kurz macht zu drei innen halten rechts 2 50 Jupp richtig rein gekärchert 110 rädern Also Achtung links zwei macht zu 30 rechts zwei leicht schneiden oder links 4 macht zu 3 mittel und rechts 2 mittel 30 links 1 in links rechts 2 und links 3 und nicht wegrutschen habe ich wirklich Schotterreifen? oder haben die mir spaßigerweise Asphaltreifen eingepackt? schon ein rutschiges Erlebnis hier rechts 3 macht zu in links 3 kurz macht zu 2 Verengung 30 rechts 1 mittel und rechts 5 in rechts 3 50 links 2 mittel in rechts 1 und Achtung links halten rechts 4 bei Abzweig über Bodenwelle 50 links 3 Verengung 50 rechts 4 leicht schneiden in rechts links 6 nicht schneiden in rechts 5 leicht schneiden und links 4 breiter ballen außen links 2 rechts halten rechts 4 macht zu felsinnen in links 6 50 rechts 3 nicht schneiden uneben 80 Bodenwellen in links 3 und rechts 4 schneiden in links 4 innen halten rechts 4 kurz macht auf in rechts 2 mittel links 5 mittel felsinnen macht zu 50 rechts 3 kurz in rechts 2 macht auf und rechts 2 kurz in links 2 kurz und felsinnen links 2 innen halten aber schön dass wir hier nicht so schnell fahren müssen von den Colts her das bewahrt mich glaube ich hier vor richtig vielen Unfällen rechts 2 kurz leicht schneiden in links 3 Verengung und uneben links 4 in rechts 1 sehr am rutschen das Auto es ist wirklich verrückt und rechts 4 und links 4 macht zu in rechts 4 in links 5 mittel macht zu 2 fels außen und rechts 5 kurz nicht schneiden in links 5 kurz Kuppel mittig halten in links 4 in rechts 2 macht zu breiter in rechts 4 in links 3 kurz und links 3 macht zu in rechts 3 innen halten und den Abschnitt kenne ich bin ich in WCC mit den Landstuhren 037 lang gefahren das war ein neunerritt holy moly oh kratting 5 Sekunden und rechts 3 Verengung in links 4 hätte ich geschafft den Cut wäre ich schneller in rechts 4 macht zu nicht schneiden und links 3 kurz macht auf in links 4 nicht schneiden in rechts 4 innen halten links 3 kurz 80 links 4 macht zu in rechts 5 kurz und links 4 macht zu und ziel hoi oi 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 das war ne schon geile Etappe aber sehr rutschig holy macket cheese rolls 7 Sekunden off ohne Strafe wären 2,2 2,2 entweder sagt man 2 oder 2 aber ich schaue es wieder beides zu sagen aber was auf jeden Fall gut zu sehen ist dass Elvin Evans Authentic und Nuvile vorne sind und Kalle der ja ich glaube noch ist er erster in der WM auf jeden Fall ja abgeschlagen mit uns hier hinten rumgurkt ok abgeschlagen 4. und 5. 7 und 6 Sekunden Abstand auf die Spitze endlich endlich es gibt Tag was sagen eigentlich die Reifen oh ich habe viel zu wenig harte Reifen eingepackt ach du liebes Lieschen äh ja das könnte vielleicht was werden bestätigen wir und jeet 5 4 sieht aber aus wie eine kurze Etappe 2 1 los geht's links 3 macht zu in rechts 4 in links 3 kurz nicht schneiden und rechts 4 kurz 30 links 4 nicht schneiden in rechts 500 Achtung links 3 beibehalten rechts 4 und links 4 kurz und rechts 3 kurz in links 3 innen halten und rechts 4 macht zu in links 5 macht zu oh mein Gott muss ich härter bremsen wie das Auto am Rutschen ist es fehlt einfach an keine Speed über Kuppe rechts 350 oh da war ja was es sieht aus als es eine richtig breite Straße wird aber dann kommt diese Leitflanke in rechts 4 und links 3 kurz 200 oh Achtung scharf bremsen in Harnadel rechts nicht schneiden 80 rechts 6 kurz und links 4 in rechts 3 kurz Auto ich würde gerne anhalten und rumfahren und links 4 nicht schneiden in rechts 4 Verengung in links 5 30 Harnadel links leicht schneiden 80 die Kuhle kurz in links zum einlenken 30 links 5 bremsen in rechts 3 kurz in links 4 macht zu und rechts 4 kurz und links 5 kurz kurz 30 das ist elendig ah ich hatte ein richtig schlechtes Gefühl kurz bevor ich da reingefahren bin das sah mir zu verlocken aus Achtung Harnadel rechts 30 mein Bauchgefühl hat recht links 4 kurz in rechts 4 kurz 30 in rechts 5 kurz 50 rechts 5 Verengung links 4 Verengung und rechts 5 30 links 1 Mittel 80 oh rechts 5 kurz macht zu in rechts 5 links 6 macht zu Fels innen in rechts 4 nicht schneiden in links 5 in rechts 6 kurz 30 bremsen rechts 3 Alter Vater ich hab hier gefühlt wirklich wie kann ich denn überall aufbocken holy shit ey in WEC 7 hab ich das gut wie nie was für cool ich da schon mit WEC 7 rausgefahren bin ohne Problem wo ich dachte yo hier bleib ich stecken aber das ist ja wirklich verrückt aber vom Gefühl fahr ich auch mit einem Formel 1 Auto über eine Rallye Feste hier an 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 schlechter Performance vom Auto ist wunderbar und rechts 3 innen halten und links 3 nicht schneiden macht zu in rechts 4 und links 3 ganz langen Stages in rechts 3 kurz und links 3 150 Achtung scharf bremsen rechts 3 in links 3 macht zu in rechts 3 schneiden 100 das Auto lenkt nicht ein es hat kein Grip es lenkt nicht ein elendig ich will wieder wie jetzt die 7 spielen zu 2 in rechts voll und links 4 in rechts 5 mittel und rechts 5 lang macht auf 50 oh die Reifen sind auch absolut Fritte ne doch ein sehr reifenfressendes Land macht zu und rechts 2 kurz nicht schneiden in rechts 2 30 links 5 mittel in rechts voll und links 5 und rechts 4 in links 6 bremsen rechts 3 in links 3 kurz macht auf und links 5 kurz macht zu 100 und zieht guter Sektor sonst war der letzte Sektor der beste sonst ist es immer umgekehrt alter Vater hab ich das Ding an die Wand genagelt oh letzter Neville der war vorne dabei jetzt vorletzter Elvins immer noch erster das ist aber an sich gut bei Elvins wie gesagt Overall WM ist er nicht gut dabei das heißt er kann Kalle gute Punkte klauen Overall dick abgestürzt aber alles noch möglich das beweise ich indem wir jetzt einfach mal gewinnen wir brauchen aber das hier das hier und das Auto ach du heilige ach du heilige wir brauchen mehr harte Reifen oioioioi oioioioioi ア wir sind unterwegs 30 Achtung Harnadel links 100 Rechts vier in links vier macht zu und rechts drei kurz in rechts vier kurz in links 5 kurz in rechts fünf und links vier kurz in rechts vier mittel macht zu 30 Links 4, 30 Links 3, Baum innen und links 4, kurz In rechts 4, kurz, 150 Links 5, beibehalten, rechts 6, 80 Achtung, scharf bremsen, scharf links In rechts 2, in links 2 Okay, was ist das hier für eine wilde Straße? Oh, eine nicht schnelle, das gefällt mir Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, ist das nicht so fatal Und links 2, mach zu, in rechts 3 In links 3 und rechts 3, kurz In links 2, mittig halten, überbrücke Und rechts 3, mach zu, in links 3, kurz In rechts 2, kurz, mach zu Und links 1 Und rechts 2 In rechts 1, kurz, in links 2 Und links 2, kurz 30 Rechts 3, beibehalten, links 3 Und rechts 2 Oh, yeah Ich würde gerade sagen, jetzt wird ein bisschen mehr bremsen, es geht bergab Das Auto wiegt gefühlt 40 Tonnen Das bremst nicht so schnell bergab In links 4, macht auf, in links 3 Und rechts 4, in links 4, kurz In rechts 3, macht zu Und links 4, beibehalten, rechts 4 In links 3, macht zu Und rechts 4, in links 3, 30 Rechts 6, mittel, macht zu 3, in sprung, mittig halten Und links 2, in rechts, links 3, 30 Rechts 3, in links 4, kurz Und bremsen, scharf rechts, verengung In links 2, kurz Und links 2, kurz, in rechts 2 Okay, es geht in noch mehr Perfekt, wow Was ein Ausreißer, holy shit In rechts 2, verengung In links 3, sehr eng Und rechts 2, in links 4, kurz Und rechts 1, kurz In links, rechts 3, kurz Und links 3 In rechts 3, macht zu Nicht schneiden, in links 2 Und rechts 2, in links 3, sehr eng In links 2, in rechts 1 Und links 2, nicht schneiden In links, rechts 5 Und links 3, kurz Und rechts 2, beibehalten Links 1, kurz In rechts 1, beibehalten Links 1, nicht schneiden Und rechts 1, kurz In rechts 1, kurz In links 2, in links 2 Ist ja sehr rutschig geworden Weil jetzt ist die E-Power da Unangenehm manchmal Man kann sie in der Realität Äh, ausschalten, die E-Power By the way Aber auch nur für eine Minute Dann schaltet sie sich wieder an Aber der Fahrer kann manuell Die E-Power ausschalten Auch nur für eine Minute Aber es hätte für den Sektor Mir, glaube ich, ein bisschen was gebracht Hoi, 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 ey Hakliges, hakliges Ding hier Was wir hier ab Abfahren müssen Oh Wir waren 2 Sekunden vorne Hab ich ein Spiel gemacht Da war es nur noch ein paar Zehntel Und jetzt Wieder 5 Sekunden Wo habe ich die denn jetzt wieder verloren? Schon, schon ein harter Kampf Gefällt mir aber Ähm, Service Park Haben wir, warte mal Sind wir schon dreimal gefahren? Nacht Tag 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 Sind wir zweimal schon am Tag gefahren? Hab Ich hab gedanklich Äh, äh, ne Stage vergessen Ja, perfekt Aber, was gut ist Es war nicht so schlimm Den Schaden runterzustellen Perfekt Mechaniker hat Bock Die Geldtasche aber dafür auch Über 22.000 RIP Aber bestens vorbereitet für morgen Kleine Splash und Dash 2x6 Kilometer 2x P1 Es wird gut Bye, have a great time Bis vor allen Dingen Bis zum nächsten Mal הכ Bis zum nächsten Mal